Wow, das ist das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Bester Tag meines Lebens. Hey, da ist Captain America. Uh, wer ist der Neue? Jetzt, kleiner! Ich muss weg. Spider-Man ist zurück, doch diesmal ist etwas Entscheidendes völlig anders. Hallo zusammen. Was geht, Leute? Wartet mal, ihr seid nicht die echten Avengers. Er ist jetzt ein Avenger, oder zumindest würde er gerne einer sein. Doch braucht es wirklich diesen neuen Spider-Man? Aber das heißt nicht, dass du ein Avenger bist, falls du dich das gefragt hast. Au. Hier ist keine Umarmung. Ich mach dir nur die Tür auf. Au. Okay, Kleiner, viel Glück da draußen. Spider-Man Homecoming ist zumindest anders. Angenehm anders als die bisherigen Umsetzungen und überraschend anders als die bisherigen Filme. Vor allem die des Marvel Cinematic Universe. Das Homecoming Teil von Marvels eigenem Filmuniversum ist, ist auch der fühlbar größte Unterschied. Der wichtigste Unterschied. Hast du einen Metallbruch? Das ist großartig, Mann. Spider-Man war bisher eine Marvel-Figur, die eben nicht in Marvel-Filmen auftauchte, sondern in denen von Sony. Sony kaufte in den 90ern die Verfilmungsrechte von den pleite bedrohten Marvel Enterprises und führte Spider-Man zum weltweiten Kinoerfolg, unter der Regie von Sam Raimi. Der Tanz der Teufel-Exzentriker legte den Grundstein für die bis heute anhaltende Comic-Filmwelle. Er zeigte uns, wie es geht. Wie eine so abstrakte Figur eines von der Spinne gebissenen Teenagers uns interessiert, uns bewegt und uns gleichzeitig unterhält. Seien Spider-Man 1 und 2 sind unbestreitbar Comic-Film-Klassiker. So unbestreitbar wie das Scheitern des dritten Filmes. Raimi und Sony haben sich hinter den Kulissen überworfen. Der Film ist ein katastrophaler Kompromiss. Raimi verabschiedete sich von Sony und mit ihm ging der Cast. Jetzt fangen wir das. Sony steckte damit in der Bredouille. Man muss nämlich schnell und stetig neue Spider-Man-Filme nachschieben, sonst verlieren sie die Rechte wieder an Marvel. Und Marvel hat sich zwischenzeitlich mit den neu gegründeten Marvel Studios nicht nur ein eigenes, ein unabhängiges Filmuniversum geschaffen, sondern auch allen anderen gezeigt, wie man es beständig ausbaut, kohärent gestaltet und ein Publikum dafür begeistert. Selbst mit der nicht verkauften zweiten Heldenriege. Sony versuchte aus der Not eine Tugend zu machen und startete einen kompletten Reboot. The Amazing Spider-Man fiel aber spätestens nach dem zweiten Film beim Publikum und an der Kasse durch. Trotz eines bemühten Casts war man zu sehr eine Nacherzählung der Raimi-Filme und zu sehr der zwanghafte Versuch, ein eigenes Spider-Verse aufzubauen. Wir haben Pläne für dich, Peter Parker. Spider-Pig, Spider-Pig, does whatever a Spider-Pig does. Sony kann da nicht weitermachen, will aber auch nicht die eierlegende Wollmilchsau wieder abgeben. Look out, he is a Spider-Pig. Da kann ein Homework. Ich werde pretend, dass du das nicht sagst. Die Lösung ist eine einzigartige Kooperation. Sony produziert den Film, die Marvel Studios drehen ihn und integrieren den neuen Spidey in ihr Filmuniversum. Spider-Man kehrt nach Hause zurück. Okay, Spider-Man. Eine Prestige-Angelegenheit für Marvel und eine neue Chance für Sony. Gib mir das. Sorry. Mit dem Kickstart durch das MCU können sie doch noch ihr eigenes kleine Spider-Verse aufbauen. Unter anderem schon 2018 mit einem Tom Hardy als Phantom. Das erklärt aber auch, weshalb die Trailer augenscheinlich zu viel verraten. Man will auch dem allerletzten Zuschauer mit dem Vorschlaghammer eines begreiflich machen. Dieser Spider-Man ist ein anderer Spider-Man. Keine neue Origin-Story. Kein erneuter Versuch, Raimi nachzuerzählen. Es nervt, Stark behandelt mich wie ein kleiner Junge. Aber das bist du doch. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Man verkneift sich wirklich jede Art von Herkunftsgeschichte. Einer der bekanntesten Helden muss nicht wieder von vorne erzählt werden. Man deutet es allenfalls an. Wenn du in der Nähe bist, wenn so etwas passiert, drehst du dich um und rennst weg. Der größte inhaltliche Unterschied ist das Vorbild. Dieser Peter Parker orientiert sich mehr am neueren Ultimate Spider-Man und nicht am klassischen wie noch unter Sam Raimi. Das heißt, er ist jünger und geht für absehbare Zeit noch an die Schule. Die College-Jahre werden lange kein Thema sein. Kannst du Gift spucken? Das ist auch der größte atmosphärische Unterschied, die erfrischende Highschool-Stimmung. Ich hab sein Schild geklaut. Dann hat er mich verhauen. Regisseur John Watts merkt man seine Erfahrungen mit Jungdarstellern und TV-Comedy an. Homecoming ist zwar weniger erwachsen und tiefgründig als Raimys Filme, handelt aber dafür vom Erwachsenwerden mit all seinen Problemen. Erst lässt du uns hängen, dann kreuzt du hier auf und wir sollen uns freuen, dass du wieder da bist. Hey, schön, dass du wieder da bist, Peter. Flash, ab jetzt bist du wieder Ersatz. Krass. Dafür scheint aber auch Watts mangelnde Kinoerfahrung durch. Homecoming ist weniger episch inszeniert, die Action nicht ganz so ausgefuchst wie unter Raimi und damit eben leider auch austauschbarer. Aber Watts hat visuell andere Ideen, wenn es um den Humor geht. Er hat ein Gespür für Situationskomik und wie man sie in der Kamera einfängt. Die einfachste Form von Humor funktioniert ausschließlich über den Dialog, die gesprochene Pointe. Die cleverste Form von Humor dagegen über die Kamera, Visual Comedy. Watts erzählt mit der Kamera und nicht in der Kamera. Ganz bestimmt eine Geschmacksfrage. Für mich persönlich aber der witzigste Marvel-Film nach den Guardians. Du bist der Spider-Man von YouTube. Das Joint Venture zwischen Stark Industries und der Regierung, die Abteilung der Damage Control... Diesem stark verjüngten Cast stellt man mit Michael Keaton eine gealterte Legende gegenüber. Ich bin Batman. Wir waren Vulture als Vifemann. Aber Keatons Besetzung ist mehr als nur ein Gimmick. So wie sein Birdman schon als Allegorie auf seinen in die Jahre gekommenen Batman-Ruhm zu verstehen ist, so ist sein Vulture eben auch das Produkt des Fortschritts, der ihn verdrängt. Keaton unterscheidet sich so sehr in Motiv und Darbietung von all den anderen Marvel-Bösewichten im Kino, dass man ihn mit Fug und Recht als einen ihrer gelungensten bezeichnen kann. Und was man Homecoming selbst hoch anrechnen muss, trotz der alles breittretenden Trailer überrascht noch der Film und spielt dadurch gleichzeitig mit einem Spider-Man-typischen Story-Kniff. Homecoming ist zu einem großen Maß selbstreferenziell. Der Film weiß um seine Vorlage. In vielen Momenten persifliert er Raimis Vorarbeit, huldigt die er aber zugleich. Er weiß um seine Verstrickungen mit dem Marvel Cinematic Universe und spielt dennoch nicht einfach nur darin, sondern setzt den Civil War dezent fort. Wir könnten ein paar ziemlich coole Sachen aus dem Alien-Schrott machen. Überhaupt ist das Avengers-Thema noch viel größer, als man zuerst glauben würde. Getragen von einem jungen Tom Holland, der Spidey einen so ureigenen Charme verleiht, dass man am Ende einfach mehr von ihm sehen will. Ich fühle mich, dass ich auf der Welt bin, weil das ist einfach mindbläht. Er muss den Vergleich mit einem Tobey Maguire nicht scheuen, doch eigentlich tritt er diesen Vergleich erst gar nicht an. Homecoming ist dafür viel zu anders, viel zu eigen, viel zu gut und trotzdem nostalgisch. Ich denke nicht, dass ich das für mich behalten kann. Das ist das Abgefahrens, was mir hier passiert ist. Nein, ich glaube es nicht, was hier gerade passiert. Symbolisch dafür steht der Score von Allzweckwaffe und Oscar-Preisträger Michael Giacchino. Er will erst gar nicht an die epische Komposition von Danny Elfman herankommen. Stattdessen rezitiert er das berühmte Spider-Man-Thema aus den 60ern und macht es sich zu eigen. Homecoming ist genauso selbstreferenziell wie eigenständig, so nostalgisch wie neu. Spidey ist endlich wieder zu Hause angekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017